In diesem Live-Channeling geht es um die Tendenzen zur Transformation der aktuellen Bündnisse auf Planet Erde, die Auflösung der Dezentralisierung und ein neues Quantenweltbild bis zum Jahr 2038. Ja, hallo und herzlich willkommen beim Live Your Spirit Channeling. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Silke und heute geht es um Vorhersagen, einen Vorkost zu verschiedenen Themen, die sich gleich zeigen werden. Wenn ich mich live in das kollektive Energiefeld, in das Quantenfeld einklinke und Botschaften übermittle, sei dir bitte auch bewusst, dass Zeit relativ ist und schau, welche Aktionen du für dich persönlich aus diesen Botschaften ableiten möchtest. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt in diese Session und schauen, was zu dir kommen möchte. Ja, ich bekomme rein, dass ich jetzt vor allem auf das Thema Bündnisse eingehen soll für die nächsten zwei bis zehn Jahre, wie sich die Bündnispartner neu finden oder eben Bündnisse, die wir aktuell haben, transformieren und welche besonderen Kräfte da auch wirken ab dem Juni 2024. Das hatten wir, glaube ich, auch schon in den vorhergehenden Channeling beziehungsweise in der Juni-Forkast. Also wenn dich das interessiert, schau dir das nochmal an. Hier geht es darum, dass zum Beispiel diese klassischen Bündnisse, die wir ja kennen oder die einfach auch aus der Geschichte entstanden sind, zum Beispiel Deutschland, Österreich, Schweiz, auch aufgrund zum Beispiel lingualen Verknüpfungen, also sprachlichen Verknüpfungen, eine Transformation erfahren und sich neue Bündnisse bilden, die eben diese Bündnis, trilaterale Bündnisse zum Beispiel oder bilaterale Bündnisse aufbrechen und eine mehr schichtige Bündnispartnerschaft entstehen lassen. Also ich sehe dieses Dreierbündnis als klassisches Bündnis, was sich jetzt neu formieren wird und zwar nehme ich zwar, dass eben die Grenzen zwischen Deutschland, Österreich, Schweiz neu definiert werden dürfen, also wie man zum Beispiel in diesem Dreierkonstrukt anders Handel betreibt oder Dienstleistungen. Das ist jetzt so eine Systematik, die unterhalb der Eurozone beziehungsweise was wir als europäischer Raum definiert haben, sich gestalten wird, weil Schweiz ja auch nicht dazu gehört und wie eben dieses neue Bündnis zum einen und gleichzeitig aber auch andere Bündnisse sich neu gestalten werden in dieser Vielfältigkeit an übergeordneten Bündnissen. Also was ich auch wahrnehme, ist zum Beispiel Polen, Ukraine und einige kleinere Länder, die eben eine neue Bündnispartnerschaft eingehen, was diese Handelsbeziehung angeht. Das sind ja auch Dinge, die zum Beispiel über Unternehmen oder Kooperationen über mächtige Menschen in besonderen Bereichen schon gelenkt oder geleitet werden und die jetzt aber auch im Politischen einen Platz finden beziehungsweise im Aufbruch der Strukturen wie eben große Bündnisse wie die EU oder Verteidigungsbündnisse wie die NATO eben sich neu ausrichten und eben diese Unterbündnisse anders gestalten. Und die Kräfte und Mächte, die da jetzt am Werke sind, um diese neuen Bündnisse beziehungsweise anders geordnete Bündnisse zu kreieren, kommen vor allem aus der wirtschaftlichen Schiene beziehungsweise bestimmte politische Interessen, die jetzt das dahin lenken und zwar vor allem was die Verschiebung der monetären Kräfte angeht, also um eben in bestimmten Krisenzeiten oder Sanktionssituationen starke Partner zu haben. Das ist ja alles auch ablesbar, beziehungsweise hat sich das ja so entwickelt in den letzten fünf Jahren, so nehme ich das wahr und wird jetzt die nächsten fünf Jahre, fünf bis zehn Jahre intensiv beeinflussen, wie eben Monopolstellungen von bestimmten Staaten sich auflösen beziehungsweise bi- und trilaterale Bündnisse eben mehr in den Fokus rücken. Das ist ja auch zum Beispiel dieses BRICS-Bündnis. Danke nochmal für den Hinweis da mit dem BRICS. Ich hatte das in der letzten Vorkast als BRIC bezeichnet. Es sind immer so viele Begriffe, die ich dann mir anlese beziehungsweise mich beschäftige. Was kommt dann wieder auch aus meinem Feld? Also wenn du da eine Ergänzung hast, wenn ich da irgendwas falsch ausspreche oder etwas nicht so kanalisiert wird, wie es in der materiellen Form ist, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare. Wir sind ja offen für Optimierung und freuen uns über Feedback. Also das BRICS-Bündnis und andere Bündnisse, die im wirtschaftlichen Bereich geschlossen werden. Das ist jetzt schon so ab 2025, 2026, die eben diese bilateral-trilaterale Bündnispartnerschaft stärken und über Grenzen hinweg im Handel auch auf der gesetzlichen Ebene neu sortieren. Ja, was ich reinbekomme, ist, dass man jetzt unter zum Beispiel dieser Federführung von BRICS auch neue Bündnispartnerschaften, wie zum Beispiel dieses Dreierkonstrukt da, was ich eben genannt hatte, oder Polen, Ukraine und Slowakei bekomme ich, Rhein-Tschechien. Also das sind alles so Länder, die sich neu ausrichten und auch aufgrund der Umwälzung in den demokratischen Prozessen. Bitte hier nochmal für sich nachfühlen, was ist eigentlich Demokratie? Weil wir ja letztens einige Anmerkungen hatten, ich kann das jetzt nicht in der Tiefe darauf eingehen, was demokratische Strukturen sind, weil viele eben denken, demokratische Strukturen existieren auf diesem Planeten nicht mehr. Das ist meiner Meinung nach anders. Aber es gibt ja auch die vielfältige Meinungsfreiheit. Von daher hier die demokratischen Strukturen, die sich jetzt neu verbinden in den unterschiedlichen Bündnissen und wo eben Handel und monetäre Kräfte sich anders lenken, das sind so die Tendenzen, die jetzt ab Juni 2024 wirklich ersichtlich werden und konkret durch die verschiedenen Schichten, die sich öffnen in der Europawahl beziehungsweise die Ergebnisse der Europawahl und auch in den Aktionen und rebellischen Energien in den einzelnen Staaten, also in den Aktivisten und die verschiedenen Gruppen, die da gegeneinander kämpfen und gleichzeitig, was ich auch wahrnehme, ist eine große Energie der Transformation der Führungsrollen, also Führungsregeln. Das meint zum einen, wie eben Führungspersönlichkeiten in den Staaten, die ich gerade genannt habe, beziehungsweise im europäischen Raum, sich anders ausrichten dürfen. Natürlich aufgrund der Zwangslagen, die wir aktuell haben. Dann Bündnispartnerschaften, Sanktionen, monetäre Kräfte, die sich verschieben, Wirtschaftskrisen und so weiter. Und gleichzeitig sehe ich aber auch einige Regierungsführende, die in bestimmten Ländern verschwinden, abtreten, beziehungsweise zurücktreten. Das sind jetzt vereinzelt Persönlichkeiten, das haben wir auch schon gesehen und können zum Beispiel auch Menschen betreffen, die jetzt in bestimmten Systemen doppelt besetzt sind. Das heißt zum Beispiel, wie in England, eine Monarchie und dann mit Parlament und so weiter. Also all diese bestimmten Regierungsformen, die sich jetzt neu transformieren und wo eben Persönlichkeiten verschwinden, beziehungsweise neu auf den Zettel kommen. Das ist ja auch alles ablesbar, beziehungsweise sehen wir das ja seit zwei Jahren. Aber der Juni 2024 zeigt die Richtung an und wird bis zum Jahr 2026 alle Staaten erfassen, die jetzt, so ich sehe den europäischen Kontinent, aber auch weltweit, global, das wir jetzt ja die ganze Zeit sehen und natürlich immer auch in Verbindung mit dem Thema Judikative, also Gerechtigkeit, Rechtmäßigkeit von politischen Aktionen und Regierungsführenden. Dann das große Thema, wie die Dinge ans Licht kommen, was da alles für bestimmte Abmachungen oder Machenschaften waren oder sind. Das sind alles Themen, die ja jetzt aktuell auf dem Zelle sind und auch nicht neu sind und die sich weiter fortsetzen werden. Was eben interessant ist jetzt für die nächsten zwei Jahre, ist wie diese Bündnispartner beziehungsweise Bündnisse eben sich neu ausrichten, weil sie ganz zum einen sehr miteinander, untereinander handelt, arbeiten, gleichzeitig sich aber den Raum öffnen für internationale Beziehungen. Also es ist das, was ich auch schon in anderen Channelings immer wieder gesehen habe, dass eben wir uns in die Vielschichtigkeit von Bündnissen öffnen und gar nicht mehr so ganz genau ersichtlich ist, wie viele Bündnisse zum Beispiel ein Land hat, in welchem Zusammenhang. Es gibt ja Bündnisse, die politisch motiviert sind und natürlich da auch immer andere Interessen dranhängen, aber gleichzeitig auch Bündnisse, die wirklich nur für eine bestimmte Thematik geschlossen werden. Und das sind Dinge, die sich jetzt multidimensional öffnen, beziehungsweise parallelexistent sind. Und hier spielen natürlich die Regierungsführenden eines besonderen Staates eine wichtige Rolle. Es ist ja jetzt zum Beispiel Deutschland auch Bundespräsident. Da bekomme ich rein, da wird es auch eine Transformation des Amtes geben, das sehe ich ab 2025. Dann, wenn diese Bundestagswahl kommt und neue Dinge, die jetzt ab 2024, 20. August 2024 bis zum August, September 2025 sich transformieren. Das Verständnis von Ämtern, das Verständnis, wie sich das transformieren darf, auch aufgrund der Ereignisse, die jetzt gesetzesmäßig über die Judikative reinkommen ab der Europawahl und dann eben natürlich alles, was die Menschen auf den verschiedenen Schichten in den einzelnen Ländern in die Aktivität geben. Ja, ich soll nochmal gehen auf verschiedene Länder. Ich sehe zum Beispiel Österreich, Spanien, Deutschland, habe ich ja eben schon durchgegeben, Österreich, Spanien, dann die nordischen Länder. Hier ist so ein großer Umbruch überall, da wohl Wahlen waren oder sind. Da wird es überraschende Ergebnisse geben. Nämlich das war also alles, was jetzt aus dem aktuellen Zeitraum geguckt. Also wenn du das Video jetzt guckst, das wird ja im Juni 2024 veröffentlicht, dass die Tendenzen, die sich da anzeigen, nochmal sich anders transformieren werden und dann in Ergebnisse münden, die gar nicht aktuell ablesbar sind. Weil was ich wahrnehme, ist, dass so eine Umwälzung dessen, was an Parteien und Parteimitgliedern und auch Positionen, also Parteivorständen beziehungsweise Regierungsführenden, die aktuell im Amt sind, das kann jetzt vielfältig sein, bitte nicht unbedingt auf ein Land begrenzen ist. Und schau dir das dann gerne nochmal an, wie das in deinem Land aussieht. Ich hatte eben gesagt, Österreich, Spanien, Italien, die nordischen Länder, dass da eben nochmal die Schieflage, jetzt auch durch die Europawahl, von bestimmten Parteien zum Beispiel und Gruppierungen sich transformieren wird. Und was ich allgemein wahrnehme, ist ein ausgewogenes Verhältnis von bestimmten Kräften, die jetzt aktuell noch so eine Schieflage haben, also wo bestimmte Kräfte sehr stark in der Macht sind. Das wird sich verändern über die Wahlen, die dann stattfinden. Das ist ja auch immer, wenn solche Situationen sind mit großer Rebellionsenergetik, dass eben verschiedene Kräfte da ihre Ziele durchsetzen wollen, dass dann eben, so wie wir das ja auch in der letzten Wahl gesehen haben in Deutschland, dass dann eben neue Kooperationen entstehen dürfen, wie die Ampelkoalition und dann eben ein anderes Regieren erfordert, beziehungsweise eine andere Verteilung der Kräfte und dann eben eine andere Kooperationsbereitschaft auch. Und das sehe ich auch für die Länder, wo das eben ansteht, beziehungsweise an der einen oder anderen Stelle eben auch Personalwechsel durch Rücktritte, hatte ich ja eben schon gesagt, und ja, neue Minister, die aber auch reinkommen. Also hier sehe ich vor allem Minister, eben Premierminister zum Beispiel oder Minister an wichtigen Schlüsselstellen. Also ich sehe Finanzministerium, Verkehrsministerium, wo komme ich auch rein, dann Innenministerium. Das muss man dann im einzelnen Land sich anschauen. Aber das nehme ich wahr, dass das große Komponenten sind, weil eben diese großen Themen, also Wirtschaftsministerium sehe ich auch und alles, was natürlich mit dieser Energiewende zu tun hat. Energie und Nachhaltigkeit, Energie in Bezug auf Klimawandel und wie diese Wettergeschichten und Klimaveränderungen in den Griff bekommen werden. Da wird es an der einen oder anderen Stelle Personalwechsel geben und eben auch neue Konzepte, die jetzt über die Europawahl reinkommen, beziehungsweise dann eben über die neuen Menschen, die an die entsprechenden Stellen treten. Also das sind ja alles Energien, die wir eigentlich schon die letzten zwei Jahre intensiv beobachten und jetzt aber bis 2026, August 2026 eben ganz stark präsent werden, beziehungsweise sich eben zeigen möchten und auch zu Veränderungen in den Strukturen führen. Das ist ja immer übergeordnet gemeint und es ist wichtig, sich da, gebe ich jetzt nochmal den Tipp, ganz genau hinzugucken, was eigentlich eine Struktur ist im eigenen Land oder in der eigenen Umgebung und dann zu schauen, wie eine Strukturänderung vonstatten gehen wird. Das gilt auch für diese Dezentralisierungsprozesse, was wir immer wieder auch in den Channelings haben, was sich andeutet in Bezug auf die Banken und die Veränderung von digitalen Währungen beziehungsweise digitalen Digitalisierung von Währungen. Das hatten wir auch in den letzten Channelings immer wieder ganz präsent und das ist ja auch irgendwie nichts Neues, wie sich das in die Transformation begibt. Was ich jetzt wahrnehme, ist, diese Dezentralisierungsprozesse werden im Juni 2024 ganz stark angestoßen über die natürlich Europa-Wahl-Geschichten und alles, was da auch politisch sonst passiert. Ich sehe vor allem europäischer Raum und USA ganz stark. Wir hatten jetzt ja auch dieses Thema mit der Verurteilung und in den USA von einer Führungspersönlichkeit und das sind so Dinge, die eben natürlich ganz stark beeinflussen und auch gleichzeitig die Kräfte in Schwankungen bringen, was die finanziellen Flüsse angeht. Also hier ist das Umschiften und das Umschichten von Geldern beziehungsweise monetären Kräften, kapitalmarktwirtschaftlichen Strömungen, nicht nur durch das, was in dem Prozess zum Beispiel rausgekommen ist, sondern auch, wie eben das dann auf die Wirtschaft wirkt und Unterstützer beziehungsweise Gegner und wo eben diese ganzen Gelder dann auch in andere Bahnen gelenkt werden dürfen. Weil was ich reinbekomme, ist auch Veränderungen von bei Wahldurchführungen und Manipulation von Wahlen und Wahl, also überhaupt wie jemand gewählt wird, der ganze Prozess der Aufstellung, das gilt jetzt vor allem für Amerika, aber auch Österreich, eben neue Regularien eingezogen werden dürfen. Also hier ist ja gerade diese judikative Kraft sehr stark in der Präsenz und das wird sich aber noch weiter verstärken, eben ja zu neuen Gesetzesführungen führen, die wir ja immer in der Geschichte beobachtet haben. Und diese Dezentralisierung, jetzt komme ich nochmal auf die Banken, beziehungsweise das große Thema Dezentralisierung wird eben ab August 2024 wirklich dann auch greifbar sein. Also was eigentlich Dezentralisierung in der politischen Richtung auf den unternehmerischen Schichten in der Gesellschaft eben bedeutet, nicht nur durch Digitalisierung, KI, die große Macht von Social Media und die große Macht von KI und Rationalisierungsprozessen, sondern gleichzeitig auch, wie dadurch dezentral anders gesteuert und gelenkt wird. Kann ich mir bitte wissen, was ich dazu noch durchgeben soll? Ja, was ich reinbekomme, ist, dass bis zum Jahr 2068 diese dezentrale Struktur gar nicht mehr auch so ersichtlich ist, weil dezentral heißt ja, das ist das Gegenteil von zentral und dezentral ist trotzdem ein Aspekt, dass ich über viele verschiedene, so nehme ich es gerade war, Regionen oder Privatmenschen zum Beispiel oder Unternehmen, die Dinge, die Machtverteilung eben aufteilt. Aber bis 2068 ist die Mächteverteilung da ganz anders gelagert. Das heißt, die Frage von Macht oder wer wie was lenkt, ist da sowieso eine ganz andere und wird eben aber durch die Dezentralisierung transformiert. Das heißt, ich nehme jetzt so wahr, von oben nach unten Regierungen, von unten nach oben Regierungen, das ist, oder Machtverteilung, das ist ja zum Beispiel auch ein demokratischer Prozess oder eben in bestimmten Demokratiesystemen ein großes Thema und das wird sich umkehren bis 2068. Gleichzeitig eben aber diese Dezentralisierungsschiene eben auch ganz stark transformieren in eine multidimensionale oder multilaterale Frequenz bekomme ich das. Also multilaterale Strukturen, die eben gar nicht mehr so ersichtlich machen, wo jetzt die Macht liegt beziehungsweise beim Einzelnen, beim Kollektiv, verschwimmt es miteinander. Das hat natürlich mit der großen Kraft von KI zu tun, AGI, kann ich nochmal sagen, Artificial General Intelligence, das ist die allgemeine künstliche Intelligenz, die eben da eine ganz starke Hebelwirkung hat, um eben diese zentralen und auch dezentralen Systeme auszuhebeln. Ja, das ist so eine flächendeckende Energie, die ich hier gerade spüre, wo eben ja alles über allem Grenzen hinweg vernetzt ist und nicht nur im Irdischen, sondern auch in den Weltraum hinein. Und die entsprechenden Schritte werden jetzt bis 2026 gemacht. Wichtig ist in diesem Kontext vor allem die Auflösung der Zentralbanken und die große Kraft der Schuldensystematik. Also hier ist ja diese Transformation von Geld in verschiedenen Wertsystemen in eine neue Form der digitalen Energie oder des Digitalen. Und das wird jetzt über das Brechen der Zentralbanken, bekomme ich rein, initiiert. Das sehe ich für 2026, also ausgehend von 2024, Juni, Juli, August 2024. Bitte hier immer bedenken, dass Zeit relativ ist. Und ich kann mich mal bitte wissen, was das genau bedeutet. Ja, was ich wahrnehme, ist, dass die Kraft der Zentralbanken eben schwindet, Machtverhältnisse sich da verändern und die letztendlich dann verschwinden. Und ja, die Transformation in den digitalen Raum beziehungsweise in den virtuellen Raum eben stattfindet, dass wir auch gerade überall sehen, wie eben viele Unternehmer oder auch Privatmenschen und Privatmenschen sich mit den KI-gestützten Generierung von Geld oder Geldwerten eben ein neues Portal öffnen oder neue Möglichkeiten. Und da sind natürlich andere Kräfte am Werke, die eben dieses ermöglichen und die gleichzeitig auch eine Gegenbewegung bilden zu diesen Zentralbanksystematiken. So bekomme ich das rein. Und ja, die Vernetzung über KI, das ist ja das große Thema in dieser AGI, Artificial General Intelligence, wo eben die Grenzen gesprengt werden, die wir aktuell haben oder die wir auch in unserem Kopf haben und eben die Mächteverteilung sich transformiert. Das heißt, die Macht der KI als selbstständig funktionierendes System und oder als gleichwertig durch den Mensch gesteuert. Also das ist ja auch die große Diskussion, die ethische Diskussion und die Frage, wie weit das kontrollierbar ist, die im Raum schwebt oder schon seit zehn Jahren ungefähr, so nehme ich es zwar zehn Jahre, aktuell ja seit eigentlich zwei, drei Jahren intensiv im Raum befindet und eben diese großen virtuellen Räume wie Metaverse oder andere eben aufblasen beziehungsweise eben da den Raum schaffen für diese Frequenzen oder für das, was da installiert ist. Ja, was ich reinbekomme, sind große Themen wie NFTs oder ETFs, also die Fonds, dann die Non-Fungible Token, das sind ja NFTs und alle Sachen, die natürlich mit Kryptowährungen zu tun haben, Bitcoin, Blockchain-Technologien, die da ganz stark wichtig sind und die Supercomputer. Da hat ja, glaube ich, jetzt Musk irgendwie ein Statement abgegeben und das ist so natürlich die neue Zeit, Quantum-Computer, Quantum-Dimensionen, in denen wir denken, Quantenwirtschaft und Quantenprogrammierung natürlich, also diese Q-Bits, die da bei den Programmierungen eben wichtig sind, die eben multidimensional Möglichkeiten eröffnen. Also wenn dich das interessiert, dann scherche ich das nochmal gerne nach beziehungsweise gab es da auch in einigen Channelings, habe ich das durchgeleitet, ich bin da nicht so in der Tiefe bewandert, aber habe mich da ein bisschen mit beschäftigt und das sind so die Frequenzen, die ich da spüre, die jetzt für, ja, von 2022 bis 2026 ja diese große Umwälzung im digitalen Zeitalter ermöglichen und auch diese Auflösung der Dezentralisierung andeuten. Wir sind ja eigentlich erst gerade dabei, Dezentralisierung zu vollziehen, aber auch die Auflösungstendenzen sind ja ablesbar und genau auf die wird es dann auch ab 2038, so bekomme ich das rein, ankommen. Also auf die Auflösung der Dezentralisierung in eine multizentrale Energie des Quantum-Daseins, Quantum-Dimensionen, Quantendimensionen, so bekomme ich es rein. Ja, das waren jetzt glaube ich alle Informationen für dieses Channeling. Gibt es irgendwas, was ich nochmal durchleiten sollte? Nein, das waren jetzt alle Informationen, das heißt, du schaust dir gerne auch die anderen Forecasts an, die wir gemacht haben für diesen Channel. Ich wünsche mir für dich, dass es der Deal nicht sein mag. Schau dir gerne an, wie wir sind als Spiritual und Mental Healer Channel, Medium und Coach. Wir haben einen großen Shop mit verschiedenen Angeboten, die vielleicht für dich interessant sein mögen. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir es wiedersehen hier auf dem Kanal von Live Your Spirit. Lass gerne einen Daumen hoch da, wenn es dir gefallen hat und abonnier unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.